Heute schauen wir uns mal das Thema Absage an. Also was kann man bei einer Absage alles machen, wie funktioniert das mit den Workflows und wie kann man das smart einsetzen. Und genau darum geht es heute. Vielleicht hast du einen Workflow, wo du immer wieder mal prüfst, ob du vom Kunden eine neue E-Mail zurückbekommen hast. Angenommen, ein Kunde schreibt dir, hey, bist du noch verfügbar, was kostet das Ganze bei dir? Und dann schickst du mit Workflows mehrere E-Mails raus. Du schickst dir Preise raus, du schickst eine Follow-up E-Mail raus, du fragst nochmal nach, bla bla bla. Und irgendwann kommt der Punkt, wo du noch immer keine Antwort bekommen hast und dann musst du irgendwann mal den Kontakt archivieren und den Auftrag beenden, mehr oder weniger. Und das Ganze kann man smart machen, indem man zum Beispiel sagt, hey, wir haben hier eine Warteoption und sagen, wir warten, bis eine neue Kunden-E-Mail empfangen wurde. Und wenn nach 14 Tagen noch immer keine Kunden-E-Mail zurückgekommen ist, das kannst du ja dir definieren, wie du möchtest, dann sagst du, du wechselst in den Workflow-Absage. Und das kannst du in allen Workflows so machen. Du sagst, wenn bei irgendeinem Workflow irgendwann mal ein Status eintritt, dass du den Kontakt archivieren möchtest, den Auftrag absagen möchtest, dann machst du das Ganze smart und sagst, hey, Aktion, Workflow wechseln in die Absage. Und jetzt schauen wir uns mal die Absage an, was denn da alles drinnen ist. Wir haben jetzt aktuell mal drei Schritte. Der erste Schritt ist, wir ändern den Status auf abgesagt. Wir sagen einfach, hey, der Kunde will nicht. Wir ändern die Anfrage, den Auftrag auf den Status abgesagt. Und zwar 0 Tage nachdem der vorige Schritt abgeschlossen wurde. Also sofort. Und dann, naja, dann würde ich zum Beispiel persönlich sofort eine E-Mail an den Kunden rausschicken oder an die Person rausschicken mit der E-Mail-Vorlage Absage. Da steht im Wesentlichen drinnen, hey, wir haben noch immer keine Antwort von dir bekommen. Es ist sehr, sehr schade. Vielleicht hat technisch irgendwas nicht geklappt. Vielleicht bist du im Stress, im Urlaub. Solltest du noch Fragen haben oder noch Interesse haben, melde dich gerne bei uns. Übrigens hier auf der Webseite, bla, bla, bla. Da kann man einfach nochmal ein paar Dinge reinschreiben. Einfach so, vielleicht beißt der Kunde ja doch nochmal an. Vielleicht ist irgendwas schiefgegangen und die E-Mail trifft bei ihm in schwarze, was auch immer. Also ich würde ihm einfach da nochmal eine Info schicken. So, und dann würde ich den Kontakt einfach archivieren. Ich würde einfach sagen, hey, interessiert mich nicht mehr, bringt mir nichts. Ich will da keine Zeit verschwenden. Ich archiviere einfach den Status. Und das ist im Prinzip der Workflow-Absage. Und diesen Workflow kannst du jetzt in allen anderen Workflows einsetzen. Immer wenn dort etwas eintritt, wo du sagst, so, und jetzt möchte ich den Status ändern, die E-Mail-Absage schicken und den Kontakt archivieren, dann machst du es an dieser Stelle. Und solltest du in einem halben Jahr, in einem Jahr, wie auch immer, irgendetwas an diesem Workflow-Absage ändern wollen, dann musst du es nur an dieser Stelle machen und nicht in den allen anderen weiterfolgenden Workflows. Also du sparst dir auch dort dann wieder eine Menge Zeit. Solltest du zum Beispiel eine andere E-Mail-Vorlage verwenden wollen oder einen zusätzlichen Schritt einfügen, dann kannst du hier ganz einfach einen weiteren Schritt einfügen und musst das nicht in allen anderen Workflows hinzufügen, sondern kannst es zum Beispiel einfach nur hier machen und das ganze Ding ist erledigt. Also ziemlich, ziemlich smart. Du kannst es hier einfach und überall hier machen und ja, ich würde sagen, probiere das mal aus. Vielleicht verwendest du das ja schon, vielleicht passt das für dich, vielleicht hast du genau das gesucht. Solltest du Fragen haben, rechts unten gibt es wie immer den Chat für uns zum Support und ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei.